Ojo Arena, zwei Platzierter im Gesamtklassement, auch ein guter Versuch vom Spanier. Guter Einstieg hier. 64,02 Meter, seine persönliche Bestmarke. Und ganz nah ran, 64 Meter, klasse vom Spanier. 66, 47, das ist gut, aber wir wissen alle, dass der Arm mehr kann. Und da feuert er ihn raus. Das ist gut, dass der Arm mehr kann. Das ist gut, dass der Arm mehr kann. Das ist gut, dass der Arm mehr kann. Und Fahnder platzen. Thomas van der Platzen lässt hier einen raus. Das wird neue Bestleistung für den Belgier. 65, 68, hatte er mitgebracht. Und 68, 94. Was für ein Wurf. So weit wie noch nie in seinem Leben. Thomas van der Platzen.